2012 war für uns sicherlich zunächst mal das Eisbären-Treffen in Freudville beim Hugo Mages bei minus 15 Grad. Und dann hat der Heiko auf der Roter Leifen beachtlichen vierten Platz gegen bekannte Piloten eigentlich erreicht. Das war ein sehr großes Highlight für uns. Und dann das Heli-Treffen, das wir jedes Jahr veranstalten in dem Jahr mit 140 Teilnehmern. Das war für uns natürlich der Mega-Event für uns persönlich. Es gab noch viele andere schöne Veranstaltungen, die wir besucht haben. Ein weiteres Highlight war zum Beispiel einer der größten Events in Europa, die Heli-Challenge in der Schweiz von Hugo Mages und von Stefan Segerer, wo super Top-Piloten dort waren.